Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen hier zurück, meine lieben Freunde, bei The Witcher White Hunt. Und ja, wir waren jetzt an dem Bootshaus gewesen, haben erfahren, dass die Tochter des Barons hier irgendwo drüben, glaube ich, haust. Und ich reite jetzt mal zurück, nehme das Fragezeichen dort vorne mit und dann werden wir uns vielleicht mal gerade das erste Pferderennen gönnen. Da bin ich nämlich mal heiß gespannt drauf, wie viel man denn da gewinnen kann, Angel, und wie gut sich Plötze, denn unser Trois-Gefährt, schlagen wird im Vergleich zu den ganz normalen Standard-Vehikeln, die es hier sonst so gibt. Uh, der Kadaver sieht mal fett aus. Ich habe nochmal ein bisschen an den Details herumgeschraubt. Das sind jetzt zwar keine flüssigen 60 FPS, trotz allen Reglern oben, allerdings so gut wie. Und, naja, ich glaube, das Pferd spricht für sich und mein Pferd plötzlich steht still. Hier ist super. Das sollte nicht passieren. Okay, hier. Kann man das Monsternest hier noch ausräuchern. Ja, komm, schau und hol. Dein letzter Atemzug. Und der nächsten. Komm, naja. Meistens sind wir sehr gut mit unseren Schlamm-Angriffen unterwegs. Warum auch kaum noch Schaden, warum auch immer. Stimmt da was nicht? Ich habe das Spiel... Oh. Jetzt spielen die Haare verreckt. Ich habe das Spiel ja neu geladen. Es ist auf Todesmarsch. Wundert mich jetzt aber ein bisschen, dass die Gegner doch so einfach gerade sind. Na gut, der Exer wird hier auch nicht untergreifen. Irgendwann mal stärker. Weil die schweren Angriffe machen weniger Schaden als meine schnellen Streiche. Dann bleiben wir doch bei denen mal, he? Und trotzdem mal immer wieder deinem Schaden an. Und gib ihm. Ach, wie schön flüssig das läuft. Wunderbar. Ein Schmaus für die Augen. Komm her, du. Das hat vergiftet ja. Und noch schön in der Mitte durchgeschnitten. Ein kleines Schnitzelfest. So, wo haben wir denn... Ein Ghulnest. Ich muss es zerstören. Korrekt. Einmal eine Karttäsche platzieren. Oder was auch immer du da reinwerfen möchtest. Und wir sammeln jetzt halt die Gebeine unserer armen Ghule ein. Und das nächste Mal Plötze... Nimmer abhauen, wo auch immer das... Wo ist es? Da kommt's. Ha. Plötzchen. Los, lauf! Das war auch das Fragezeichen. Auf der Karte. Okay. So, dann mal auf zur Flacke. Da könnten wir quasi dem Weg kurz außen herum folgen. Probieren wir das mal. Und... Ich will ein paar Gil sehen. Glänsende Kronen. Also ich muss echt zugeben, was CD Projekt Red hier ausfällt. Was den Mut gezaubert hat. Das Spiel hat ein Panorama. Da könnte ich mir jeden Tag einen neuen Screenshot draußen machen. Das ist fantastisch. So, und Pferdeausdauer rennen. Das ist ja so schön. Wer will noch teilnehmen? Das ist anscheinend die Jury. Die drei alten Säcke mit den Pfeifen. Können wir reden? Ja, solange du dich kurz fasst. Ich plappere nicht zum Spaß. Ich heiße Ratko und richte hier die Pferderennen aus. Davon musst du gehört haben. Willst du mitmachen? Sag Bescheid. Willst du nicht? Schieb ab. Tja, trag mich ein. Trag mich ein. Das ist nicht nötig. Solange du bei Sonnenuntergang hier bist. Und Gold zum Wetten dabei hast. Sonnenuntergang. Da bist du ja endlich. Die Regeln sind ganz einfach. Such dir aus, gegen wen du antreten willst. Mach deinen Einsatz. Reite nach Schwarzzweig und zurück. Der erste ist der Sieger. Der zweite ein verfickter Niemand. Kapiert? Gegen wen soll's gehen? Stotter-Madko? Hans-Eisenarsch? Oder den schwarzen Bogdan? Hm. Sollen wir mit Stotter-Madko mal anfangen? Wetterinsatz natürlich gleich 50. Ich nehme Stotter-Madko. Du, du, du wirst, wirst schon sehen. Ach, drauf geschissen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. 3, 2, 1 Und go, Plätze So, die schwarze Linie Oben auf meiner Minimap Zeigt mir Oh, fuck it Wie gemein war das denn Mein Lieber Und einmal Wände Es wird richtig groß hier aufgefahren Die Leute lieben diese Rennen anscheinend Auch nicht schlecht Leider geht unserem Pferd gerade die Booster aus Und weiter geht's Natürlich Mal sehen, was die anderen Kameraden noch so erzählen Oh, einen Rennsattel haben wir bekommen Jetzt den Hans Eisenarsch Mal sehen, wie sich dieser Eisenarsch schlägt Los, Hans Ich habe mein halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht Die andere Hälfte auf Ponyrücken Du kannst mich nicht schlagen Ah, deshalb Eisenarsch Und dann auf zum Rennen Der ist anscheinend etwas voll mit Hämorrhoiden So, und los geht's Ich hoffe, die Aufnahme wurde jetzt nicht Irgendwie unterbrochen großartig Schauen wir uns das nachher mal an So ein blöder Mist Mit dieser Feststelltaste Und das Ganze zu deaktivieren Innerhalb der Windows-Funktion Ich weiß nicht, ob ihr das kennt Aber das ist der größte Blödsinn und Scheiß Den man je gesehen hat Da war ein richtiger Eingriff In die System-Config machen muss Damit das Teil immer aufpoppt Nervigt mir noch was Vor allen Dingen, wenn man einfach wie ich Gerne öfters die Umschalttaste drückt Und go, Plötze Nur ein bisschen Vorne ist das Ziel Wir werden das gewinnen Komm, Plötze 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 Endspurt Yay Sehr schön Jetzt haben wir zwei Runden gewonnen Die dritte Runde wollen wir uns Natürlich auch noch Das ist einfach zu seilig Auch noch angucken Denn Ich bin mal gespannt Haben wir jetzt noch mal was Neues bekommen Ich warte gerade bis diese Funktion links da durchgerottet ist Hier Eine Satteltasche haben wir bekommen Okay, lass mal gucken Hier den Rennsattel 40 Ausdauer Oh ja Der ist bedeutend besser Also unsere 25 Kröte hier Verbesserte Sattel Und hier haben wir jetzt noch eine mit 30 Kapazität Gut Die haben wir jetzt auch Hier haben die Themerische Gibt es da einen Unterschied Gucken wir uns mal das gerade an Das ist die Themerische Mit dem Symbol drauf Sieht man schön im Ledereinband Das wäre jetzt die normale Ich werde bewegend anders Aber ich glaube Wir stehen für Themerien ein Dann behalten wir auch diese Und Auf zum letzten Rennen Und Nimmst du noch ein Teil oder nicht Trag mich ein Das ist nicht nöt Tag Grauhaar Gegen wen soll es gehen Der letzte der Bande Diesmal reite ich gegen den schwarzen Bogdan Ich werde dir zeigen wo es lang geht Los setzen wir Und dann auf zum Rennen Aufsetzen Auf to go die Plötze Mach ich bereit Drei Zwei Eins Go Oh Hat deine Mami dich nicht gewollt Wohl er Ich werde sie Und wenn ich meinen Klapp auf die Sonst wäre aus dir was besseres geworden Kleiner Witzvogel Sex als Eier aus Stahl Gut Er kann leider keinen zeugen Aber gut Eben drum Es ist niemand so gut Wie Geralt von Riva Oh 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 Schick Da haben sie noch Einen Baum umstürzen lassen Aber das gibt mir kurz Wow Der ist schnell Kurz Zeit Jetzt ist er mir hinten reingerannt Das hat ihn wieder Gestoppt Wenn ich meinen Klapp auf die Spuren Spießen muss Oh 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 Der Arme Aber Jetzt ist alles nichts Die Plötze ist schneller Hübsch Hübsch Mit Pferden kennst du Das Rennen Das Rennen habe ich gewonnen So sieht es aus So Alle Kronen eingeheimst Der Part ist vorbei Und ich danke euch Fürs Zuschauen Mal gucken ob wir noch neue Scheuklappen bekommen haben Wir haben jetzt hier Bei Plötze dieses Themerische Und das hier ist das Was wir gewonnen haben Finde ich ein bisschen Zu einfach Das Themerische Sieht cooler aus Und ich bedanke mich Ganz herzlich Beim Zuschauen Bis zum nächsten Part Bis dann Sayonara